Huch, hab ich was verpasst? Einfach alles. Freunde, ich war ja jetzt die letzten drei Tage. Achso, juckt euch nicht. Perfekt. Und was hab ich nun verpasst? Ah, das ist gut. Ich hab gehört, der liebe iCrymax hat die WhatsApp-Gruppe gefunden. Hormann Kei-Schick-Ess-Jungs. Das ist nicht übertrieben, Leute. Ich habe mir einen Lamborghini Huracan Evo bestellt. Ja, Leute, wenn wir einmal beim Thema sind, ja, dann kann ich es auch gleich mal anbringen. Ich wollte es eigentlich wirklich nicht öffentlich machen, aber ich hole mir auch bald einen. Ich habe da noch so einen kleinen Versandgutschein. Was sagten die Netzgemeinde dazu? Perfekt. Alles beim Alten. Ich bin scheiße. Nein, Alter. Grüße gehen an dieser Stelle auf jeden Fall raus an iCrymax. Brudi, herzlichen Glückwunsch. Ich bin mir sicher, du hast es dir auf jeden Fall. Mach mal weiter mit dem Video. Supportet mich natürlich auch sehr gerne auf Ehrenbasis mit eurer Kreditkarte. Einfach den Creator-Code 50PS bei Granny 2 eingeben. Dann zeige ich euch auch gerne demnächst meinen neuen Fiat Punto. Und ja, liebe Leute, ich war mir beim letzten Mal tatsächlich nicht so sicher, bis einige von euch dann anfingen, mich in den Kommentaren mal wieder ordentlich mit Kötteln zu beschmeißen. Danke auf jeden Fall dafür. Es gibt wohl tatsächlich ein neues Ending. Heißt, wir machen genau das gleiche wie beim letzten Mal. Perfekt. Wir müssen wohl lediglich Slendrina beschwören, indem wir das Baby abschießen, dann mit unserem Leib ganz sanft aus der Tür in die Freiheit entschweben und alle Sorgen und Ängste hinter uns lassen. Also so ziemlich genau das gleiche, was ich euch ebenfalls empfehlen würde, wenn mal wieder längere Zeit kein FNAF kommt. Heißt allerdings auch, dass wir dieses Spiel wieder einmal erneut durchspielen dürfen, was bei mir mittlerweile eventuell zu akutem Durchfall führen könnte. Widmen wir uns aber erstmal zwei ganz anderen Blähungen, die definitiv nicht so schnell wegziehen werden, wie wir es gerne hätten. Ich bin mir tatsächlich gerade ziemlich unsicher, was das Ending genau triggert und deswegen gehe ich mal auf Nummer sicher und werde einfach dafür Sorge tragen, dass die beiden Herrschaften beim Verlassen der Tür noch auf den Beinen sind und auch ganz ohne Löcher in der Brust, versteht sich. Also ist der Plan folgender. Wir machen die Tür hier schon mal klar Schiff. Soweit, dass wir da jederzeit heraus entkommen können und dann werden wir uns irgendwas Schießbares suchen, das Baby abdonnern, hoffen, dass sie uns nicht so schnell auf die Fährte kommen, dann hinaus und dann mal schauen, was passiert. So, da die jetzt hier unten unterwegs sind, tragen mich meine Beine erstmal hinauf. Da haben wir schon das Fleisch, idealbestens. So, was haben wir hier? Oh, Moment. Au, warte. Die Freude verfliegt im Gegensatz zu den Blähungen. Die Taser-Gun ist halt vermutlich einfach immer noch Buggy. Das ist ziemlich awkward. Hier haben wir irgendwie ein Radio. Also, ich will jetzt hier aber kein Copyright Claim kriegen, ne? Ne, 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 das machen wir mal nicht. Ne, ne, wir machen das aus. Ah! Würdest du mir bitte die Frage beantworten? Berechtigterweise. Warum zum Teufel du Radio hörst, wenn du taub bist? Okay, die Lampe dort hält mir schon mal Granny vom Leib. Das ist ein Problem weniger. Wird auch mal ganz unter uns gut dafür bezahlt. Aber ich meine, wenn Granny hier gerade schon mal nicht ist... Hier gleich mal reingucken. Okay, da ist nichts. Das ist sehr gut. Leute, ich habe jetzt nochmal angefangen, weil ich diese Humpelei einfach irgendwie unerträglich finde. Das zackt halt echt so hart, dass die Stun-Gun broken ist. Dass halt einem ein komplettes Item fehlt, womit man die bekämpfen kann. Und man halt einfach nur darauf warten muss, dass man irgendwo durch Zufall mal den Waffenschrankschlüssel findet. Das ist halt ein bisschen nervig, muss ich ehrlich sagen. Okay, da haben wir schon mal das Brecheisen. Sehr gut. Das ist ein ziemlich wichtiges Item hier. Zum Glück ist das halt nicht irgendwo versteckt. Oben hier bei Dornröschen mit sexueller Grundverstimmung oder auch draußen bei der Inzucht der Herzen. Da haben wir definitiv schon mal einen kleinen Vorteil. Okay, hier ist der blaue Schlüssel. Yikes! Granny, ich habe so einen kleinen Spoiler für dich. Ich glaube, ich werde entkommen. Aber ich verrate es dir noch nicht. Oh! Oh, die Situation ist relativ bescheiden. Meine Herrschaften, wenn wir einfach nochmal darüber reden könnten. Ha! Ich schnapp mir jetzt die Crowbar wieder und werde dir erstmal das Kistchen aufmachen. Mal gucken, was sich da drin befindet. Oh, hell yeah! Ey, ich brauche unbedingt den Waffenschrankschlüssel. Bitte gib mir irgendwas. Ich will denen einfach nur die Fresse wegballern dürfen. Das Ding nützt mir nichts. Das ist buggy. Pass auf, ich gehe jetzt hier hin, ey. Wenn der da nicht drin ist... Da müsst ihr einen Daumen nach oben da lassen. Ha! Okay, Granny ist ja gerade nicht da. Ich glaube, die Lampe hat sich wieder etwas beruhigt. Wir machen hier mal das ab. Und ich glaube, jetzt brauchen wir die Crowbar nicht mehr. Können hier eigentlich auch Items unten spawnen? Haben wir das schon gesehen? Vermutlich schon. Aber zumindest jetzt nicht. Perfekt. Ich liebe dich auch, Spiel. Das Game hat halt immer so seine ganz eigene... ... Hier rauf, sobald. So, zack. Okay, das wäre schon mal erledigt. So, jetzt kommt sie definitiv rauf. Aber das ist mir egal. Komm, wir können es ja noch mal probieren. Wir geben dem Taser noch eine Chance. Hat die das Ding wieder aufgehangen? What? Oder muss man jetzt hier irgendwie neuerdings auf den Kopf schießen? Oder sowas in der Art. Ich habe keinen Plan, Alter. Okay, Perfekt. Okay, Grandpa geht da rein. Ich muss die aber abschießen können. Damit ich an den Schlüssel rankomme. Oder ich warte halt, bis der irgendwann mal zufälligerweise schläft. Aber das ist halt so ein Zufalls-Schüsseldi-Dizzldi. Das mag ich überhaupt gar nicht. Da warte ich hier wieder stundenlang, bis irgendwas passiert. Ah! Ah, nein! Ah! 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 Okay. Okay, okay, Leute. Wir beruhigen uns jetzt wieder alle, ha? Dieter Bohen hat es vorgemacht. Okay, ideal. Ich bin hier. Ich kann jetzt schon mal vorne die Tür aufschließen. Das war mein Plan, Leute. Ihr habt kurz daran gezweifelt. Ich habe nicht kurz daran gezweifelt. Ich muss jetzt nur noch dieses Tor da hochkurbeln. Und dann bin ich fertig. Oh, nee. Door-Handle brauche ich noch. Okay, alles klar. Zunächst erstmal ist aber oben noch der Schraubenschlüssel. Mit dem kann ich ja schon mal da das Wasser ablassen. Wann der? Ich glaube hier irgendwo in der Küche, ne? In einer Mikrowelle. Natürlich. Dass ich da nicht durch logisches Denken draufgekommen bin. Ist mir auch ein Rätsel. Ich habe keinen Plan, wo Granny ist. Waa! Einfach durchgehen. Hu, 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 hu. Okay. So. Komm her. Es könnte natürlich auch sein, dass dieses Mistvieh da den Waffenschrankschlüssel hat. Wollen wir es mal ausprobieren. Dann muss ich auf jeden Fall oben das Fleisch holen. Da führt kein Weg dran vorbei. Grandpa müsste gleich wieder hochkommen. Wenn er es nicht schon ist, Granny ist wahrscheinlich oben. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil das Fleisch ist in der Küche. Ich sehe dich. Oh Gott! Da bin ich aber nicht unbedingt scharf drauf. Warte mal, das ist gut. Das ist gut, wenn Grandpa mir jetzt hinterherkommt, weil... Dann locke ich nämlich Granny auch hier hin und dann sind beide unten. Ha! Ja, geh mal da hin. Ah! Ich liebe es, weil ein Plan funktioniert. Oh! Hier ist jetzt offen! Ach, lol! Okay, das ist cool. Moment mal. Haben wir hier irgendwas? Was ist das? Der Door-Händel. Okay, sehr gut. Ich brauche den Schlüssel gar nicht. Der muss ja bloß einmal aufschließen. Gut. Wir gucken mal, wenn wir einmal hier sind, oben in die Schubladen rein. Dann mal schauen, ob da hier irgendwie was ist. Weil ich weiß halt nicht, was da hier Slendrinas Mann verstecken könnte. Okay. Hier ist das Benzin. Vielleicht ist hier noch irgendwas Sinnvolles. Eventuell ist da auch nur was drin für das Boot. Den Door-Händel haben wir. Und wir brauchen noch dieses Rädchen. Ich meine, das könnte... Auch hier ist der Waffenstandsschlüssel. Okay, wunderbar. Boah, zum Glück bin ich hier hochgegangen. Glücklicherweise habe ich das noch gesehen. Moment mal. Dann droppen wir das hier mal. Auf jeden Fall zurück in die Küche. Och, sehr gut. So, und jetzt gibt es auf jeden Fall mal erstmal... Nicht dein Ernst. Der mobbt mich, Alter! Macht das mal nach. Droppt das mal genau auf den Tisch, Alter. Ich bin eine Motherfugin-Legende, ey. Ich spring jetzt direkt einem in die Arme. Wetten? Och. Oh. Verzeihen Sie. Yes! Uh! Ich hab's, Mama! Komm her! Granny! Grandpa! Riech doch hier mal dran! Tut mir den Gefallen! Boom, Junge! Oh, wie traurig! Aber am Ende kommen sie doch wieder zusammen. Hier sind zwei Munitionsdinger. Auch Patronen genannt. Aber wir sind ja nicht in Fachkreisen. Ah, wo lege ich denn das hin? Ich lege die erstmal hier hin. So, und jetzt muss ich mich mal kurzerhand dran erinnern, wo dieser Door-Handle abgeblieben ist. Ähm. Ähm. I don't know. Ich probiere das erst erstmal mit dem Fleisch aus. So, wir müssen warten, bis das Vieh nach hinten gegangen ist. So, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Da müssen wir uns mega beeilen. Okay, komm. Okay, komm, 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 komm. Okay, der Safe-Key. Oh, oh, oh. Oh! Alter, das ist jedes Mal so widerlich, ey. So, mal gucken, was wir hier haben. Bitte nichts fürs Boot. Oh, das Ding! Yes! Okay, das ist... Besser hätte es gerade nicht laufen können. Wir haben auch schon den Door-Handle gefunden. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wo. Zack, 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 zack. Wie gesagt, Leute, der Plan ist, das Baby-Vieh zuerst abzuschießen, wenn ich die Tür so weit offen habe. Also ready to go sozusagen. Ah, da ist wieder Leben in der Bude. Gleich nicht mehr, würde ich mal so sagen. Ich kann mich jetzt... Voll aus dem Nachthemd geblasen, Alter. Ich liebe das. Die Animation ist halt der Kracher. Ich kann mich übrigens daran erinnern, wo der Door-Handle ist. Das ist noch oben im Security-Raum. So, jetzt muss ich hier mal den Schlüssel aufsammeln. Geh mal her, auf jeden Fall. Nicht, dass der da wieder zugemacht hat. Hat er wahrscheinlich. Oder zumindest kann ich nicht davon ausgehen, dass es offen ist. War klar. War halt so klar, Alter. Okay, gut. Jetzt hole ich meine Kanone wieder. Ich muss die auf jeden Fall immer ready haben. Ich muss die immer geladen haben. Das ist das Beste. So, ich glaube, zwei Patronen. Wenn ich die da noch reinlade, dann reicht mir das. Zweieinhalb Minuten sind mehr als genug Zeit, um hier alles zu erledigen, auf jeden Fall. So, die werde ich unten schon mal bereitlegen. Dann hole ich schnell den Door-Handle, mache die Tür ready und gehe erhobener Waffe da raus und warte drauf, bis hier wieder... Ah, das Doofe ist, dass man... Der Wurf war extrem peinlich. Das schneiden wir auf jeden Fall raus. Äh, die Sache ist, dass man halt leider nicht hört, wenn... Ey, ist ja wieder Fleisch gespawnt. Geil, man kann das noch mal probieren. Das wusste ich auch noch nicht. Man leider nicht hört, wenn die wieder aufwachen hier. So, dass man sich das halt irgendwie zeitmäßig gut koordinieren könnte. Das ist leider nicht der Fall. Aber ich schätze mal, wir kriegen das auch so hin. So, passt mal auf. Wie geht man denn am besten zur Tür? Wenn ich das jetzt aktiviere, dann komme ich noch nicht raus, oder? Oh, ich habe hier ein bisschen Angst gehabt, Alter. Ich wollte doch nicht das Ending. Bitte doch nicht. Dann wäre alles umsonst. Dann müsste ich alles noch mal machen. Okay. Schießen wir es jetzt schon ab, oder warten wir halt wirklich, bis die wieder da sind? Das frage ich mich jetzt. Ich weiß nicht, was genau das Ending triggert. Ob die wieder da sein müssen? Wir gehen auf jeden Fall hier rum. Weil hier haben wir irgendwie die beste Einsicht. Dann direkt raus aus der Tür. Okay, ich höre Schritte. Es geht los. Hey, du. Aha, kann ich? Was, ich habe es nicht getroffen? Nein. Wie ist das passiert? Okay, warte, 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 warte. Okay, wenn das jetzt hier vorne ist. Ah, das ist jetzt zeitmäßig ganz doof. Okay, komm her. Da ist ein Slendriner. Ich muss rennen. Ich muss rennen. Ich muss rennen. Ich habe keine Zeit, das zu zeigen. Ich muss rennen. Ich muss rennen. Komm mal. Oh. Komm, gib mir was anderes. Da steht bestimmt einfach Slendriner rum, oder? Wait. Was, nicht? Was? Nein. Warum nicht? Es haben so viele Leute gesagt, dass es da ein neues Ending gibt. Wie muss ich das machen? Im Practice-Mode vielleicht? Ey, ich lade das definitiv hoch. Ist mir auch vollkommen egal, ob ihr ausrastet. Ey, ich schieße das Ding sofort ab. Ist mir auch vollkommen egal. Komm, jetzt kannst du gleich richtig blöd aus deiner Wäsche gucken. Dafür überrasche ich dich im Schlaf, Alter. So. Ja, da kannst du halt ein bisschen rumheulen. Dann mach halt nicht so ein hässliches Ding da. Man muss nehmen, was man bekommt. Oh, der Security-Key. Dabei fällt mir ein, ich weiß von dem Glitch, den mir jemand in den Kommentaren geschrieben hat. Es sei denn, das war auch bloß ein Troll, oder so. Moment mal, man muss irgendwie... Der oder diejenige hat gesagt, hier unter den Tisch hier wahrscheinlich den. Und dann irgendwie in die Hocke gehen, oder so. Und dann landet man wohl auf dem Dach von dem Baby-Vieh. Oh! Okay, lol. Also, das hat schon mal gestimmt. Sehr geil. Falls jetzt... Oh! Also, die... Also, die Decken von den Einrichtungen hier sind nie wirklich stabil, muss ich sagen. Genauso wenig wie euer Erstgeborenes. Slendrina hört ja auch irgendwann auf zu schreien. Okay, Leute. Ich hab's jetzt für euch nochmal durchgezockt. Ich werde das auf jeden Fall hochladen. Eigentlich würde ich das nicht tun. Oh, guck mal hier. Gab's das Bild schon mit Slendrina? Bestimmt, oder? Das ist mir einfach nur noch nicht aufgefallen. Es wäre cool, wenn sich das verändern würde, wenn man hier die beschwört oder so. Ja, wie gesagt. Ich hab's jetzt extra für euch nochmal durchgezockt. Zwar auf Practice-Mode, aber ich meine, das ist zumindest ein anderer Modus. Ich weiß nicht, ob hier was passiert. Das Baby ist tot. Slendrina ist beschworen. Aber ich heiß immer noch nicht, ob was passiert. Ich meine, ihr könnt's ja mal herausfinden. Steht die denn in der Tür oder so? Was anderes wird's sowieso nicht sein, im Endeffekt. Die Leute haben ja gesagt, das ist wie bei Granny Ions. Vielleicht hab ich auch alles richtig gemacht und das ist irgendwie random oder so. Ich weiß nicht. Ich glaub halt nicht, dass mich so viele Leute in den Kommentaren da irgendwie aufs Korn genommen haben. Kann ich mir halt irgendwie nicht vorstellen, tatsächlich. Natürlich passiert nichts. Das war irgendwie klar. Kann sein, dass beim Boot was passiert. Aber ich spiel's jetzt nicht nochmal zweimal durch in zwei Modi. Weil da krieg ich eine Vollmeise. Äh, okay. Lass es für hier oder heute gut sein, oder? Ich war, es war irgendwie trotzdem unterhaltsam. Wir hatten auf jeden Fall hier diesen Unter-dem-Tisch-Auf-der-Hunde-Hütte-Landen-Glitch auf jeden Fall noch gezeigt. Äh, das ist ja auch, äh, was Neues. Ich muss sagen, es nervt mich ein bisschen das Spiel, dass, äh, halt vor allem dieses Stun-Gun halt broken ist. Dass Granny halt immer prinzipiell unten ist. Und man kann das, man muss das manchmal ein bisschen strategisch lösen. Eigentlich mal ein bisschen die halt auch oben sein, ne? Damit man halt unten alles durchsuchen kann. Das kann man sich eigentlich schön zurecht basteln. Aber so funktioniert das halt nicht. Ich will, dass das fixed auf jeden Fall, äh, wenn das soweit ist. Vielleicht gibt's da auch schon neuen Content, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich bin jetzt hier erstmal raus für dieses Update. Wir sehen uns definitiv im nächsten Update wieder. Äh, bis das passiert ist, nerven mich halt die Bugs in dem Spiel ziemlich. Das macht irgendwie keinen richtigen Spaß. Äh, und ich glaube, wir sind sowieso mit dem Content hier für dieses Update durch. Von daher, äh, alles easy. Lasst mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Da würde mich riesig freuen. Und ein Abo, falls ihr euch auf das nächste Mal freut. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein und macht's gut.